Hallo Leute, hier ist wieder euer Charly. Ich befinde mich hier in Acquedolci auf Sizilien. Acquedolci liegt zwischen St. Agata di Militello und Toro di Lauro an der Nordküste. Eine Brandung haben wir heute ganz toll. Ich will heute versuchen ein paar Fische zu fangen hier aus dem Mittelmeer. Seid dabei und wünsche mir viel Petri Heil und viel Spaß mit dem Film. Wir haben eine wunderbare Brandung. Die Brandung ist wirklich gut. In St. Agata habe ich mir Seeringelwürmer besorgt. Das sind quasi die gleichen, die wir auch bei uns an der Ostsee und Nordsee benutzen. Ja, so sehen die von innen aus. Das sind also richtige klassische Seeringelwürmer, so wie wir sie kennen. Ja, der Seeringel ist jetzt aufgezogen und jetzt geht er raus ins Mittelmeer. Eine Wahnsinn-Brandung. Schade, höher am Regnen wie Sau heute. Aber auch der einzige Möglichkeit, dass ich angeln gehen kann. Das ist Kevin, mein Rutenhalter. Ja, da habe ich gerade so einen kleinen Fisch im Kühlenbunden, der sieht aus, als wenn er aus dem Aquarium käme, gefangen. Den schmeißt er natürlich wieder rein. Das ist eine Handvoll Fisch. So, ganz gut noch zeigen, dann kommen wir wieder rein. Ja, da hinten am Horizont, da kommt die Insel Eoli, die Inselgruppe Eoli raus. Und als Vulkane unter Stromboli. Ein Vulkan. Wie jetzt eben im Einzelnen heißen, weiß ich nicht. Aber das kann man gut im Atlas nachsehen. Wir sind also in Sizilien so vorgelagert. Nördlich. Ja, Gott sei Dank, es hat jetzt zu Recht und aufgehört, aber die Brandung ist stärker geworden. Aber wir haben jetzt einen kleinen Fisch gefangen. Gewaltige Brandung hier. Ja, und dass wir uns hier auf der Vulkaninsel befinden, das zeigt hier ein Stück Windstein. Das kam hier gerade angeschwommen. Und das haben wir dann gerettet aus dem Meer. Also das ist ein Stein, der schwimmt auf Wasser. Eine wunderbare Abendstimmung so Richtung Sant' Agatha, die Militello. Ganz herrlich, wie so die Sonne da reinscheint. So an alten Glühen in Sant' Agatha. Einfach nur klasse. Ja, das war's. Einen kleinen Fisch haben wir gefangen. Einen Aquariumfisch. Mehr war halt nicht drin. Ja. Ich geh noch einmal einen anderen Tag an und mal gucken, was wir dann fangen. Oder lassen wir es bleiben. Also, Petri Heil. Mitnehmen mitnehmen. Ich bin definitiv ginge, dass du das in die professionelle Reaktion Test gebenhивалend bist! Ich bin definitiv ginge. Vielen Dank.